Guten Tag, mein Name ist Dieter Thommen. Ich bin Allgemeinarzt und bin in einer komplementärmedizinischen Praxis in der Schweiz tätig. Ich berichte Ihnen über eine sehr eindrucksvolle Erfahrung, die ich mit der Vittori Kristallmatte gemacht habe. Vor drei Wochen stürzte ich unglücklich auf den Rücken und brach mir dabei eine Rippe. Zwei Wochen nach dem Unfall war ich immer noch sehr stark eingeschränkt und benötigte Hilfe bei alltäglichen Verrichtungen, wie zum Beispiel beim Anziehen. Zudem konnte ich nur sehr oberflächlich atmen. Zu diesem Zeitpunkt traf die Vittori Kristallmatte bei mir ein, die ich Wochen zuvor bestellt hatte. Ich begann natürlich sofort mit der Behandlung, indem ich mich täglich eine Stunde darauf legte. Bereits am Tag nach der ersten Behandlung war ich total erstaunt, als ich morgens bemerkte, dass ich die ganze Nacht durchgeschlafen hatte. Die Schmerzen waren bereits um circa 70 Prozent zurückgegangen. Heute, sieben Tage später, bin ich sogar absolut schmerzfrei. Ich konnte die letzte Woche auch wieder zu 100 Prozent arbeiten. Normalerweise dauert die Abheilung einer Rippenfraktur gut fünf bis sechs Wochen. Dieses Resultat hat mich sehr überzeugt. Ich bin begeistert von dieser innovativen Therapiemöglichkeit und ich kann die Vittori Kristallmatte vorbehaltlos weiterempfehlen. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank.